Es ist gut, dass so... Wir haben unsere Legenden verloren. Und wir klammern uns an das Wenige, an das wir uns erinnern. Aber weiß ein menschliches Kind die Geschichte des Paragon Eduken ebenso sehr zu schätzen wie die von Dane und dem Wehrwolf? Geschichten sind unsere Verbindung zur Vergangenheit. Sie formen ein Volk grundlegend. Ohne sie sind wir verloren. Ich wünschte nur, ich könnte diesen verlorenen Teil unserer Seele irgendwie wiederherstellen. Ja. Das ist vielleicht das Beste. Was bringen diese Mauern eigentlich? Mir ist hier drin genauso kalt wie draußen. Kommandantin? Die Männer haben die Trümmer beiseite geschafft. Ihr müsst mit eigenen Augen sehen, was sie dabei entdeckt haben. Da sind wir. Seht euch das an. Ja, ich wusste die Tunnel führen in die tiefen Wege. Sieht stabil genug aus, um runterzuklettern. Ihr müsst verhindern, dass die dunkle Brut hier rauskommt. Viel Glück. Was? Was, was? Ihr habt mich angestarrt, ihr röcke-tragender Irrer. Ach das? Ich dachte, ein wildes Tier würde euch angreifen. Aber es war nur euer Bart. Ihr haltet euch für unglaublich schlau, was? Ihr funken Finger. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Aber selbstverständlich. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Das war's für heute. Ich bin am Ende. Ich bin noch hier. Sowas hält mich nicht auf. Ich bin noch hier. Aber selbstverständlich. Ich bin noch hier. 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 Ich bin noch hier.